Die dedizierten Maustasten des Trackpoints sind zurück. Lenovo hat sich beim neuen ThinkPad X1 Carbon an der ersten Version von 2013 orientiert. Das gilt auch für die Tastatur des Business Ultrabooks. Statt eines Adaptive Keyboards wie beim letztjährigen Modell gibt es wieder eine klassische F-Leiste. Die Tipp-Eigenschaften und die Ergonomie der Tastatur sind exzellent. Das Clickpad macht, was es soll und erkennt Gesten. Wir bevorzugen jedoch den Trackpoint. Im zugeklappten Zustand ist das aktuelle ThinkPad X1 Carbon nicht von seinem direkten Vorgänger zu unterscheiden. Auf der linken Seite befindet sich der Stromanschluss samt OneLink ProDoc, ein HDMI-Ausgang, ein Mini-Displayport, ein USB und ein kombinierter Kopfhörer-Mikrofonanschluss. Rechts gibt es USB, einen Port für den mitgelieferten Ethernet-Adapter und eine Öse für ein Kensington-Schloss. Ein Kartenleser fehlt. Dank Broadwell-Technik überzeugt die Akkulaufzeit. Auch das matte Display spart Energie. Dafür ist das TN-Panel-Blickwinkel abhängig und nicht besonders hell. Unser Tipp, das ThinkPad X1 Carbon gegen Aufpreis mit IPS-Bildschirm bestellen.